Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich muss euch was erzählen und zwar hat gerade unser Haus um Hilfe gerufen und zwar über das Notfallmanagement der Provinzial. Ein Einbruchssensor hat ausgelöst und die Polizei wurde alarmiert, ich wurde alarmiert, innerhalb kürzester Zeit ist das alles gelaufen und am Ende hat sich zum Glück herausgestellt, dass es nur eine Fehlbedienung war. Aber ich habe das sichere Gefühl, dass 24 Stunden lang auf mein Haus aufgepasst wird und dass die Werte, die ich nicht mit Geld ersetzt bekomme, geschützt sind. Und das nicht nur bei Einbruch, sondern auch bei Feuer- und Wasserschäden. Wenn euch das Thema interessiert, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare oder sendet uns eine persönliche Nachricht. Wir informieren euch zu dem Thema Notfallmanagement bei der Provinzial. Das ist echt mal Versicherung weitergedacht. Bis bald, euer Jens von der Provinzial.